Heute schauen wir uns den Gardena Multicontrol Duo Bewässerungskomputer an. Dieser hat zwei Ventile, dementsprechend können zwei unterschiedliche Beregnungskreise unterschiedlich bedient werden und er kann sehr, sehr individuell programmiert werden. Das ist also schon eher ein fortgeschrittener Computer, aber keine smarte Variante. Ich habe von denen mittlerweile zwei in Beeten rumliegen, weil es bei mir momentan besser passt. Lass also da die Zuführung über einen Schlauch kommen. Üblicherweise wird da aber an so ein Gewinde angebaut oder auch ganz normal an einen Wasserhahn, einen Außenwasserhahn. Das funktioniert alles easy peasy. Das Gerät ist für 1,5 Zoll und 3,25 Zoll geeignet mit den unterschiedlichen Adaptern, die ich übrigens unten alle in die Videobeschreibung packe. Den Adapter, den ihr jetzt dort seht, das schwarze Teil ist dafür da, dass man im Prinzip einen Schlauch an den Bewässerungskomputer für den Input anschließen kann. Ansonsten nimmt man dieses graue Teil, was ich da gerade so drehe und dreht das im Prinzip an den eigenen Wasserhahn mit auf. Was sehr cool gelöst ist, das ist so ein Dauerdrehen oder ein Non-Stop-Drehen. Das heißt, man muss den Bewässerungskomputer nicht dran drehen, sondern man dreht nur an diesem Teil und hat dann den Vorteil, weil das Ding ist schon relativ groß, hat den Vorteil, dass man dann in engen Situationen diesen Bewässerungskomputer nicht drehen muss und vielleicht gegen die Wand anstößt, sondern nur dieses Teil oben, dieses graue quasi dreht und somit den Bewässerungskomputer an den Wasserhahn anbringt, was sehr, sehr gut ist. Gerade in engen Situationen und mit diesem klobigen Teil ist es ein sehr, sehr gutes Feature. Kurz zum Aufbau des Bewässerungskomputers. Ja, es gibt zwei Ventile, V1 und V2. Man kann durch die Adaptern, wie gesagt, dann auch 3,25 Zoll oder 1,25 Zoll ansteuern oder eben auch nur eins von beiden auf beiden Seiten, das ist vollkommen egal. So, man kann durch den Bewässerungskomputer beide Ventile unterschiedlich regnen, ansonsten ist dieser Bewässerungskomputer ja einfach da aufgesteckt, wie man das auch bei anderen Bewässerungskomputern von Gardena so kennt. Hier scheint, ich glaube, ich würde annehmen, dass es einfach ein klassisches Magnetventil ist, an und aus, also beziehungsweise Wassermarsch und Wasserstopp. Ansonsten der Bewässerungskomputer hat hinten wieder diese Sensoradapter, wie ich es schon gezeigt habe bei meinen anderen Videos zu den anderen Bewässerungskomputern. Hier noch der Vorteil, ihr habt zwei Sensorinputs, das bedeutet, wenn ihr einen Sensor in Sensor 2 reinsteckt, gilt der für beide Kanäle. Das heißt, der erscheint dann da so in der Mitte und gilt für beide. Das heißt, beide Seiten werden dann beregnet oder eben auch nicht. Packt ihr das Ganze unter Sensor 1, dann gilt der eben nur für Version 1, also für Ventil 1 und eben nicht für Ventil 2. So könnt ihr unterschiedliche Bewässerungskreise zu unterschiedlichen Sensoren ansteuern oder nicht. Ihr könnt einen Regensensor anschließen und einen bodenfeuchten Sensor. Der Bewässerungskomputer lässt sich sehr simpel programmieren. Dabei kann man aber tatsächlich sehr, sehr viel einstellen. Man drückt einfach auf die Menü-Taste, muss erstmal die Uhrzeit einstellen, hangelt sich dann mit der OK-Taste durch. Man kann aber auch gleich die Menü-Taste drücken und dann durch verschiedene Gruppierungen durchspringen, also quasi zwischen Start und Runtime hin und her springen und an welchen Tagen das gemacht werden soll etc. pp. Man kann hier sehr, sehr viel individuell einstellen und man kann die Programmierung auch auf On und Off setzen, sodass man nicht die Programmierung löschen muss, sondern einfach sagen kann, okay, diese Programmierung ist jetzt aktiv oder nicht. Das macht man für jedes Ventil einzeln. Das heißt, ihr programmiert quasi Ventil 1 und sagt Montag, Dienstag, Mittwoch und ansonsten 10 Minuten und Ventil 2 soll aber 20 Minuten und soll zum Beispiel, ja, dreimal am Tag laufen oder sonst was. Das lässt sich hier sehr, sehr banal einstellen, indem man einfach, wie gesagt, immer weiter OK drückt und sich durch das Menü führen lässt. Es gibt aber im Prinzip auch nur zwei oder drei relevante Einstellungsoptionen. Das ist einmal Startzeit, dann die Dauer und wie oft das Ganze passieren soll. Wenn man zum Beispiel jetzt ihren zweiten Tag anklickt und dann auf OK geht, seht ihr jetzt gerade zum Beispiel im Hintergrund haben sich die Tage geändert. Also von beispielsweise Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag auf Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das kann man auch mit den Pfeiltasten dann nachher steuern, indem man einfach die Pfeiltasten drückt und danach OK drückt. Dann ändern sich dort auch die Tage. Ja, das lässt sich auf beiden Seiten einstellen, für Ventil 1 und für Ventil 2 komplett individuell. Damit kann man eigentlich fast alle Bewässerungsszenarien einstellen. Natürlich wäre ein smarter Bewässerungskomputer hier noch weitaus leistungsfähiger, aber der kann schon wirklich viel. Das Display an sich ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Es ist auch daueran, also der Stromverbrauch ist auch minimal. Ich denke, das ist so ein E-Ink, vielleicht, was auch die E-Book-Reader haben. Und es ist vor allem sehr wetterbeständig. Also den Controller oder den Bewässerungskomputer, den ihr jetzt da im Hintergrund seht, der ist schon eineinhalb Jahre bei mir im Einsatz. Der ist natürlich im Winter drin. Aber der hält die Witterungen wirklich sehr, sehr gut aus und verbraucht fast keinen Strom. Der einzige Nachteil ist, dass wenn der in der knallenden Sonne steht, dass dann das Display, wenn das sehr, sehr warm wird, ein bisschen schwarz wird für eine gewisse Zeit, bis es wieder abkühlt. Das heißt, man kann tendenziell, wenn der wirklich in der Südsonne steht, habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass das Display dann komplett schwarz ist und erst wieder, wenn das Display ein bisschen abgekühlt ist, dann ging das wieder weg und es war wieder alles in Ordnung. Ansonsten seht ihr rechts unten auch noch diesen Mond, dieses Mond-Symbol. Das ist noch eine eigene Sensorik, die verwendet werden kann und zwar mit einem, oder ein eigenes Programm mit einer Sensorik und zwar mit einem bodenfeuchten Sensor. Und zwar funktioniert es so, dass wenn, ich wähle das auch gerade an, dass wenn zwischen, ich glaube, 2 und 6 Uhr oder 22 und 6 Uhr, müsste ja in der Bedingungsanleitung gucken, aber es ist über die Nacht, ich glaube, es ist zwischen 2 und 6 Uhr. Wenn dort der Bodenfeuchte-Sensor sagt, pass auf, der Boden ist trocken, dann wird für die gewisse Zeit beregnet. Danach gibt es eine zweistündige Pause und dann wird wieder das Ergebnis des Bodenfeuchte-Sensors genommen und eben wieder beregnet über die Nacht. Ja, das fand ich eine ganz spannende Kiste, dass man hier über den Bodenfeuchte-Sensor quasi mehrere Beregnungen pro Zyklus quasi initiieren kann, je nachdem, wie trocken der Boden ist. Ich habe es nicht im Einsatz tatsächlich, ich gehe nur mit Regensensoren, das reicht für meine Beete, aber wenn man irgendwie, ich weiß nicht, speziellere Sorten hat oder vielleicht auch Gemüse anpflanzt oder so, keine Ahnung, könnte das relevant sein, dass man eine gewisse Bodenfeuchte erreichen möchte, in Zeiten, wo halt nicht die Sonne wirklich prall drauf scheint. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob das für euch sinnvoll ist oder ob das jemand nutzt und ob das funktioniert, ob das gut funktioniert. Man sieht sogar, wie einfach die Programmierung ist, weil Little Santi hier schon mithilft und direkt den Bewässerungskomputer natürlich tiptop programmiert hat. Mein Fazit zu dem Gardena Multicontrol Duo Bewässerungskomputer ist tiptop. Übrigens ist es kein Werbevideo, sondern ein tatsächliches Review. Ich habe mit Gardena nichts zu tun, aber Gardena, hey, ich mache so viele Videos von euch, so langsam. Nee, aber Spaß beiseite. Wie gesagt, kein Werbevideo und das Gerät ist wirklich gut. Ich kann es absolut nur empfehlen, ich habe es jetzt die zweite Saison im Einsatz. Das ist robust, das ist hart im Nehmen, verbraucht keinen Strom, hat die ganze Zeit Display. Man kann, klar, bei Nacht sieht man nichts, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr guter Bewässerungskomputer. Man kann zwei unterschiedliche Beregnungskreise ansteuern mit unterschiedlichen Dauer etc. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Programmierung ist sehr einfach. Ich finde, das ist sehr, sehr leicht handhabbar. Die Anleitung dazu ist auch sehr einfach gehalten. Ich finde diesen Befeuchtungsmodus ganz interessant. Ich nutze ihn zwar nicht, aber freue mich tatsächlich auf Feedback, wenn das mal jemand nutzt und sagt, ja, es funktioniert oder funktioniert nicht gut für meine Bewässerung. Ich habe die zum Beispiel für Rasenbewässerung, benutze ich vor allem diese Gardena Bewässerungskomputer. Und da funktioniert das tadellos. Die lassen sich sehr schnell programmieren. Man kann, wie gesagt, wenn man was Großes programmieren möchte, nimmt man die Dinger einfach ab und programmiert es am Gartentisch und setzt die Dinger dann einfach wieder dran, schließt den Sensor dran. Und das geht relativ fix und vor allem relativ einfach. Ich hatte gar keine Probleme mit den Geräten bis jetzt. Sie sind ein bisschen groß. Also das Ding ist schon ordentlich. Das ist schon ein Klopper tatsächlich. Ich habe es bis jetzt aber an jeden Wassern ranbekommen, weil man diese, wie ich auch schon im Video erwähnt habe, diese Automatik oder dieses Anschraubverhalten hat, wo man im Prinzip nicht diesen ganzen Klotz drehen muss, sondern nur diesen grauen Aufsatz. Der einzige Nachteil, den ich vielleicht sehen kann, Gardena könnte hier gleich schon den Adapter mitliefern, der dafür verwendet werden kann, um diesen Bewässerungskomputer über einen Schlauch zu bedienen und nicht nur direkt über einen Wasserhahn. Also mitgeliefert wird im Prinzip alles, bis auf die Batterie, für den Anschluss an einen Wasserhahn. Wenn ihr das Ding an den Schlauch setzen wollt, braucht ihr, wie gesagt, dieses Adapterstück. Dafür habe ich ein bisschen gesucht tatsächlich. Packe ich aber, wie gesagt, alles unten in die Videobeschreibung, was ich für dieses Gerät verwendet habe, so dass ihr da nicht lang suchen müsst. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr noch ein paar andere Videos rund um mein Heimwerken, um mein Eigenheim. Dort findet ihr auch relativ viele Videos über meine Gardena-Geräte, weil ich relativ viel davon habe. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!